Ich bin bereit, deine Frau von Schwestern zu kochen, zufrieden und die Sorge für ihre Heilheit als seine Herzenspflicht anzulegen. Ich bin bereit, deine Frau von Schwestern zu kochen, zufrieden und die Sorge für ihre Heilheit als seine Herzenspflicht anzulegen. Ich bin bereit, deine Frau von Schwestern zu kochen, zufrieden und die Sorge für ihre Heilheit als seine Herzenspflicht anzulegen.